Die Prinzessin und der Geisterfürst Es wird erzählt, dass ein Raja zwölf Söhne hatte. Da er sich aber sehr eine Tochter wünschte, suchte er einen berühmten Dukun auf und bat ihn um Hilfe. Der Dukun erklärte sich dazu bereit, jedoch sollte der Raja es auf sich nehmen, seine zwölf Söhne dafür zu opfern. Der Raja überlegte nicht lange und zeigte sich einverstanden. Dies erfuhr auch die Herrscherin, aber wenn sie an das Schicksal ihrer zwölf Söhne dachte, sollte der Wunsch des Raja sich erfüllen, konnte sie die Freude ihres Mannes nicht teilen. Monatelang, so kann man sagen, nahm die Herrscherin nichts zu sich und schlief nicht, um nach einem Ausweg aus dieser zu schwierigen Lage zu suchen. Schließlich kam ihr ein Gedanke und als sie fühlte, dass sie bald niederkommen werde, rief sie ihre zwölf Söhne zu sich und teilte ihnen mit, dass der Herrscher sich bereit erklärt habe, ein Gelübde zu erfüllen und alle seine Söhne zu opfern, wenn sein Wunsch nach einer Tochter in Erfüllung gehen sollte. Daher halte sie es für angebracht, dass ihre Söhne sogleich den Palast verließen, um sich zu retten, wenn das kommende Kind ein Mädchen sei. Mittels eines Zeichens, einer Fahne, die im Palasthof gehisst werden sollte, wolle sie ihnen Mitteilung machen. Falls wieder ein Junge zur Welt komme, werde eine weiße Fahne an der Spitze des Mastes gesetzt. Wenn aber ein Mädchen sei, werde eine rote Fahne gehisst werden. Dies zum Zeichen der Gefahr für die zwölf Prinzen, denn der Herrscher werde bestimmt sogleich befehlen, seine zwölf Söhne zu töten. Ihr Zusammensein hatte ein Ende, und traurig ging die Herrscherin zurück in ihre Gemächer, während ihre zwölf Söhne sich bereit machten, den Palast zu verlassen, um draußen die Nachricht zu erwarten, die ihr Schicksal bestimmen sollte. Ohne daß die Palastdiener es bemerkten, gingen sie davon und warteten an einem bestimmten Ort, den ihre Mutter ihnen gezeigt hatte. Etwa ein Monat verging, und die zwölf Prinzen hielten abwechselnd Wache, damit sie auf keinen Fall zu spät entflohen, falls ihre Mutter ihnen das Gefahrenzeichen übermittelte. Dann kam der erwartete Augenblick. Mitten in der Nacht erklangen im Palast die Gongs, gefolgt vom Klang der großen Trommel und dem Dröhnen der Moschee-Trommel. Dann war auch schon zu hören, daß der Herrscher mit einer Tochter gesegnet worden sei. Die Nachricht gelangte auch zu den zwölf Söhnen des Herrschers, die ängstlich darauf gewartet hatten und die sich nun bereit machten, die Stadt zu verlassen. Weil aber als letzter Beweis das von ihrer Mutter versprochene Zeichen noch nicht da war, warteten sie bis zum nächsten Morgen. Da bestätigte die Nachricht, die sie bereits in der Nacht vernommen hatten, denn tatsächlich hing früh am Morgen die rote Fahne dort, wo es die Herrscherin bestimmt hatte. Nun verließen die zwölf Söhne des Herrschers die Stadt und gehen ohne ein bestimmtes Ziel in die Wälder. Es wird erzählt, daß das Glück, das den ganzen Palast nach der Geburt der Prinzessin erfüllt hatte, von der Herrscherin jedoch als ein Unglück empfunden wurde. Sie hatte nun die Gewissheit, nie mehr mit ihren zwölf Söhnen, die davongegangen waren, um sich der Todesgefahr zu entziehen, zusammentreffen zu dürfen. Sie bemühte sich auf vielfältige Weise, das Ganze zu vergessen, doch es zeigte sich, daß eine richtige Mutter unmöglich vergessen kann, weil Herzensbande nicht einfach durchtrennt werden könne. Von Tag zu Tag verfielen ihr Geist und Körper mehr und schließlich war sie spindeldürr geworden. Selbstverständlich wußte auch der Herrscher davon, aber von ihm kann man nur berichten, daß seine Freude grenzenlos war, weil sein Wunsch in Erfüllung ging. Dennoch war nicht der ganze Palast von dieser Freude erfasst, denn ein zu großes Opfer hatte gebracht werden müssen. Als die Prinzessin groß wurde, lernte sie in vielen Begegnungen mit den Palastdienern Gutes und Schlechtes kennen. Aufgrund dieser Begegnungen fragte sie einmal ihre Mutter danach, ob sie nach den Worten der Leute zwölf Brüder besitze. Die Herrscherin bemühte sich auf diese Frage, eine falsche Antwort zu geben, und erklärte, die Prinzessin habe überhaupt keinen Brüder. Die Prinzessin widerlegte aber diese Antwort, denn sie hatte an einer bestimmten Stelle im Palast jeweils zwölf Stück der verschiedensten Kinderspielsachen gefunden, so daß sie davon überzeugt war, daß die Worte der Leute, die behauptet hatten, sie besitze zwölf Brüder, mehr Wahrheit enthielten. Schließlich gab sich die Herrscherin durch die unwiderlegbaren Beweise geschlagen, und sie erklärte aufrichtigen und traurigen Herzens, daß ihre zwölf Brüder als die Opfer eines Gelübdes ihres Vaters den Palast hätten verlassen müssen. Denn wenn sie nicht gegangen wären, hätten die Soldaten sie auf Befehl ihres eigenen Vaters getötet. Mit dieser kummervollen Erklärung gab sich die Prinzessin zufrieden, weil sie etwas in Erfahrung gebracht hatte, was immer ein Geheimnis gewesen war. Aber von diesem Augenblick an fasste die Prinzessin den Entschluss, nach ihren zwölf Brüdern zu suchen, und sie nahm sich vor, nur zusammen mit ihren Brüdern zurückzukehren. Der Herrscherin bereitete dies jedoch große Unruhe, und sie bemühte sich, so sehr sie konnte, den Plan der Prinzessin zu vereiteln und sie zurückzuhalten. Aber ihre Versuche, die Pläne der Prinzessin zum Scheitern zu bringen, hatten keinen Erfolg. Denn eines Nachts, als der ganze Palast mitsamt den Palastwächtern schlief, nützte die Prinzessin den Zeitpunkt, um aus dem Palast zu verschwinden und Vater und Mutter zu verlassen. Sogleich begab sie sich in die Wälder, damit die Palastwächter, die ihr vielleicht nachspürten und sie verfolgten, sie nicht mehr entdeckten. Am Morgen des nächsten Tages geriet der ganze Palast in Aufruhr, und der Herrscher befahl nach seiner Tochter, die sich allein davon gemacht hatte, zu suchen. Die Trauer der Herrscherin war unsagbar, und es hielt sich nun nichts mehr auf dieser Welt, die sie immer mit Unglück heimgesucht hatte. Ihre Krankheit, die durch die Gegenwart der Prinzessin die ganze Zeit über zurückgedrängt worden war, ließ sich nun nicht mehr verbergen und wurde immer heftiger. Und schließlich verließ sie diese vergängliche Welt. Von der Prinzessin, die in die Wälder gegangen war, wird weiter erzählt, dass sie sich ständig einen Weg durch den von Menschen nur schwer begehbaren Gegenden suchte, damit sie auf keinen Angehörigen des Palastes stieß. Wenn der Abend kam, übernachtete sie im Wald und suchte sich einen großen Baum, den sie besteigen konnte, um vor den Angriffen wilder Tiere geschützt zu sein. So lebte sie monatelang. Eines Nachts aber, die Prinzessin hatte sich gerade auf einen Baum niedergelassen, sah sie nicht weit von ihrem Platz ein kleines Licht. Da sie zu der Zeit schon seit Tagen keine Früchte mehr gefunden hatte, um ihren Magen zu füllen und auch kein Wasser, um ihren Durst zu stillen, verlangte es sie daher, zu dem Ort mit der Lampe zu gehen, weil sie hoffte, dort etwas zu bekommen, um ihren Hunger und Durst zu stillen. Als sie sich dem Licht genähert hatte, sah sie eine kleine Hütte, durch deren Ritzen in den schon recht verkommenen Wänden das Licht einer Lampe schien. Nachdem sie gegrüßt hatte, wurde ihr die Tür von einer alten Frau geöffnet. Die Alte hatte sich von der Geschäftigkeit der menschlichen Gesellschaft entfernt und lebte ganz alleine im Wald, um sich dadurch zu weihen. Weil sie glaubte, dass sie damit diese Ziele erreichen werde, lebte sie ohne die geringsten Furcht in der Gesellschaft wilder Tiere. Zwischen der Prinzessin und der Alten entwickelte sich ein Gespräch und am Ende gab die Alte ihr zu essen und zu trinken und schlug ihr dann vor, als ihre Gefährtin im Wald zu leben und sich von ihr als Tochter annehmen zu lassen. Die Prinzessin, die sich als ein Kind einfacher Herkunft ausgegeben hatte, nahm die Einladung der Alten an, gemeinsam mit ihrem Wald zu leben, um hier auf den Entschluss des Herrn zu warten. Denn sie war davon überzeugt, dass in der Ausübung ihrer Pflicht, seine Hilfe zu erhalten. Sowohl die alte Frau als auch die Prinzessin waren von gegenseitigern Zuneigung erfüllt. Beide führten sich durch ein gemeinsames Los auf dieser Welt verbunden und freudig empfingten sie den ihnen zugedachten Teil. Einmal, als die Alte das Haus verlassen hatte, um im Wald nach Früchten und Blättern zu suchen und die Prinzessin allein zurückgeblieben war, kam ein Geisterfürst, der schon lange nach dem Ort gesucht hatte, an dem sich die Prinzessin, die ja kein gewöhnlicher Mensch war, aufhielt. Er war von dem Duft, in dem sie ausströmte, geleitet worden und er hatte die Absicht, sie zu bitten, seine Frau zu werden. Mit Schmeichelei und Zärtlichkeit zeigte der Geisterfürst seine Wünsche, aber die Prinzessin sprach kein einziges Wort, sodass der Geisterfürst schließlich sehr zornig wurde, die Prinzessin aufhob und im Flug tiefer in den Wald zu seinem Palast trug. Dort verfolgte er weiter sein Ziel und umschmeichelte die Prinzessin. Dazu brachte er sie zu einem Ort, an dem Diamanten, Gold und andere Edelsteine in großer Zahl und unendlicher Schönheit angesammelt waren. Die sollte die Prinzessin bekommen, wenn sie seine Frau werden wolle. Doch die Prinzessin wollte beharrlich kein Wort sprechen. Da brachte er sie in einen Garten mit den vielfältigsten Blumen, prächtig anzusehen. Aber die Prinzessin hielt weiter fest ihren Mund, geschlossen. Der Geisterfürst wurde immer zorniger und wollte die Prinzessin anpacken. Aber sie erhielt eine Gelegenheit, ihn wegzulaufen, sodass er sich nicht fangen konnte. Da rief der Geisterfürst, Warum willst du, hübsche Prinzessin, dich nicht von mir halten lassen? Ja, läufst wie ein Hund beim Anblick eines Tigers verfurcht davon? In diesem Augenblick wurde die Prinzessin zu einem Hund, den man nur mit Mühe fangen konnte. Ständig lief sie in den prächtigen Garten des Geisterfürsten hin und her. Da schrie der Geisterfürst, Wenn du ganz und gar nicht meine Frau werden willst, dann bleib für immer ein Hundetier. Wenn du aber gewiss meine Frau werden willst, dann werde ich befehlen, dass du wieder ein Mensch wirst. Überlege es dir jedoch reiflich. Ich werde dir einen Tag Zeit geben. Morgen aber musst du dich entschieden haben und mir eine Antwort geben. Die in eine Hündin verwandete Prinzessin vernahm all die Worte, die der Geisterfürst gesagt hatte, und bat in ihrem Herzen den Herrn, er möge sie aus den Leiden, die sie ertrug, befreien. Während sie so hin und her ging, hörte sie aus einem Pflanzenkübel eine flüsternde Stimme, und es klang deutlich so, wie wenn ein Mensch mit seinem Freund sprach. Klar waren aus einem anderen Kübel Gegenrede und Antwort vernehmen. Das Gespräch der beiden Kübel hatte das Lob der Schönheit in ihrer Nähe herumläufenden Hündin zum Inhalt. Mein pries ihre Haare, den Schwanz, die Ohren und die anderen Teile ihres Körpers, so dass die Hündin schließlich gezwungen war, stehen zu bleiben und zu antworten. Loh! Wer bist du? Warum kannst du ein Blumenkübel so wie ich sprechen? Bitte erkläre es mir. Wer weiß? Vielleicht werden wir Freunde und können so unser Los bessern. Auf diese einladende Frage hatte der gefragte Kübel von Anfang bis Ende Fee zu erzählen. In diesem Garten seien in Wirklichkeit zwölf Brüder, die ein Fluch des Geisterfürsten, dem der Garten gehöre, in Blumenkübel verwandelt hatte. Jetzt erzählte die in eine Hündin verwandelte Prinzessin, dass sie in Wirklichkeit eine Prinzessin sei, aus dem Palast sei und dass sie dieses Schicksal erleiden müsse, weil sie nach ihren Brüdern suche. Nun erkannte sie, dass sie in Wirklichkeit ein Gespräch unter Geschwistern führte und ihre weitere Unterhaltung richtete sich auf das folgende. Wie konnten sie sich aus der Pein dieser Eliten befreien? Nacheinander begab sich die Hündin von einem zum anderen Kübel, die in Wirklichkeit ihre Brüder waren. Dann stand ein Entschluss fest. Die Hündin sollte zum Schein die Frau des Geisterfürsten werden und darum bitten, dass die zwölf Kübel im Garten wieder zum Menschen würden und danach sollte die schwache Stelle des Geisterfürsten in Erfahrung bringen, damit die Brüder ihn töten könnten. Am nächsten Morgen kam der Geisterfürst wieder und begab sich zu der von ihm so geliebten Hündin. Die näherte sich recht vertraulich. Ja, erklärte sogar, sie wolle seine Frau werden, wenn alle ihre Wünsche erfüllt würden. Wie groß war die Freude wahr, die den Geisterfürsten erfasste, kann nicht wiedergegeben werden. Alles, was sie erbart, wollte er erfüllen. Und in dem Augenblick wurde die Hündin auch wieder zu einer liebreizenden Prinzessin, die das Herz des Geisterfürstesten entzückte, so dass er nicht zögerte, all ihre Wünsche zu erfüllen. Ihre erste Bitte war, dass die zwölf Kübel wieder zu Menschen wurden. Dies geschah sogleich. Dann wurden die zwölf der Prinzessin vorgestellt und jeder erklärte sich bereit, ihr Diener zu werden. Die zweite Bitte war, der Geisterfürst möge ihr seine schwache Stelle zeigen, damit die Prinzessin ihn als seine Frau nie falsch berühre oder halte und es nicht zu einem Unglück komme. Unter Lachen antwortete der Geisterfürst, dass die Prinzessin seine Schwäche nie auch nicht unbewusst fassen oder halten könne, denn seine Schwäche sei seine Seele, die aber die Gestalt einer Turteltaube habe und sich hinten im Palast in einem Käfig befinde. Solange die Prinzessin nicht daran denke, brauche sie sich auch nicht zu sorgen. Jetzt kannte die Prinzessin alle Geheimnisse, die sie zu wissen wünschte und insgeheim überbrachte sie ihre zwölf Brüdern. Und während der Geisterfürst zusammen mit der liebreizenden Prinzessin, seiner Gemahlin, im Garten einherging und sich an der erquickenden Luft und an dem schönen Anblick erfreute, begaben sich die zwölf Brüder gemeinsam hinten in den Palast, um die Turteltaube zu packen, die in Wirklichkeit die Seele des Geisterfürsten war. Weil der Käfig besonders stark und eng war, war es sehr schwierig, den Vogel zu fassen und zu töten, sodass die zwölf Brüder fast nicht mehr weiter wussten. Dann aber nahmen die goldenen Käfig mit der Turteltaube auf, trugen ihn zu einem Teich und tauchten ihn dort hinein, nachdem sie zuvor einen großen Stein oben aufgelegt hatten, damit er nicht auf dem Wasser triebe. Der Geisterfürst aber, so wird erzählt, der sich gerade in seinem prächtigen Garten vergnügte, rannte plötzlich unvermittelt davon und lief in einen Graben, aus dem er wegen der zwölf Brüder, die gemeinsam die Turteltaube trinkten, nicht wieder auftauchte. Seitdem bewohnten die Prinzessin und ihre zwölf Brüder in großem Glück den Palast, in dem zuvor der Geisterfürst gelebt hatte. Der älteste Bruder wurde neuer Herrscher und die anderen seine Helfer. Die Palastdiener und alle Untertanen des Geistes unterwarfen sich dem neuen Herrscher, denn sie hatten erkannt, dass er und seine Brüder, die die Seele ihres ehemaligen Herrschers, der als ein unbesiegbarer Held bekannt gewesen war, hatten besiegen können, auch sie bedingungslos überwinden würden. Dann wurde die Alte, die die Prinzessin früher beherbergt hatte, herbeigerufen und aufgefordert, gemeinsam mit der Prinzessin im Palast zu leben. hier über Geister elements wir bekommen, zwischen der Hin lies auf der Regime und lege dabei das geht um viele beschreibende das